Aber ich überrasse. Du solltest aufpassen, es wird alles bald vorbei. Auch die Polizei sind hier. Vielleicht können sie dir helfen. Oh nein. Ich hasse Wasser. Seit dem komischen Wassermonster da. In Amnesia. Sagt man Amnesia 1. Ah, sag ich noch. Was ist denn hier? Es scheint, wie es scheint, fällt dir ein Hebel. Mach mal keinen Mist. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Das wäre ein Hebel. Ja, ok. Wenn auch mein Erzählstil nicht so euch anmachen sollte oder gefallen möchte, möchte ich euch doch ein etwas gutes LP immer abliefern. Und ich werde an meiner Stimme weiterarbeiten, dass ich meine Stimme verbessere und nicht mehr so in meine... Ich will mal sagen, in meine Abstürze. In meine, na was jetzt Slang-Sprache halt in die... In die... In die landestypische Sprache da verfalle. Und ich gebe mal zu, ich komme aus Sachsen. Also wenn man da so ein bisschen sechselt... Das haben da nie so gerne, habe ich schon die mitgekriegt. Die haben da nie... Einige, das haben da nie so gerne. Wenn man da in seine Landessprache verfällt. Und ich werde versuchen natürlich, das noch etwas, etwas Hochdeutscher zu sprechen. Und dann eine etwas bessere Qualität abzuliefern. Damit man auch... Damit ich nicht so... Damit ich nicht so... Nicht so, so, so wirke, als würde ich... Jetzt wird total abdriftend da in meine Sprache. Und in die... Oh ja... Ist wieder so ein Monster... Raunen. Eine krasse Musik. Das ist aber überhaupt nicht so gefällte Musik. Das ist ja gleich was, ja. Bei der Musik. Die Musik ist zu krass, ne. Die Musik ist einfach immer zu krass. Aber sie tun ja tatsächlich gleich was. Und ein Zahnrad, ein Zahnrad. Das ist ja fix zum Bullen. Da war es mal ein Zahnrad. Was ist jetzt mal ein Zahnrad? Muss ich wieder Zahnrad-Bezel machen? Oh die Musik ist super störend. Krass. Was ist das übel, ey? So, ich hab mal kurz etwas die Musik runter geregelt, weil ich ja doch schon gesehen oder gehört habe, dass die schon etwas laut ist, die Musik. Ich hab sie mal etwas runter gedreht. Aber die Musik ist schon etwas verstörend, finde ich so. Oh, natürlich ein Monster. Äh, okay, okay, ein Monster. Wow, oh, hat es mich gerade geschickt, scheiße ey. Oh, fuck, hat es mich geschickt. Oh, fuck. Oh, Alter, hat es mich geschickt. Hui. Oh, Gott, hat es... So, meine Freunde, wir waren ja letztens hier, ne? Wo ich dann mal so ein bisschen wie gestorben bin und so. Und... Ich hab es noch mal ein bisschen hingespielt, weil ich es euch alles nochmal zumuten wollte, alles nochmal zu machen, weil das ist ja eh nur das gleiche gewesen. Und ich es etwas sehr blöd finde, um es genau zu sagen, dass es hier keine Weichepunkte gibt. Aber ich hab mir das halt so gedacht, so, dass du halt den Schalter einsetzen musst hier und dann so ein Zeitprokur-Zeug da machen musst. So ein bisschen wie. Was ich halt ziemlich blöd finde. Und da werden wir doch mal gucken, ob wir das jetzt hier hinkriegen, wahr? Das mit dem Zeitprokur. Das mit dem Urfag. Das mit dem Schnell hier mal so ein... So ein... Oh, scheiße, falsche Richtung. So ein Rad holen da. Ganz schnell hier. Ach so, ich hab was natürlich nie. Ich bin immer ganz kurz so angespannt, so. Ich muss mich das Rad hier nämlich mitnehmen. Und da kommt nämlich hier der Dude dort hinten durch. Immer ganz schnell so. Das ist extrem... Extrem, extrem fiss. Ich glaube, der ist schon doof. Ich glaube, fast sogar der schon doof. Dann muss man nämlich hier noch... Oh, fuck, ich muss noch mal machen. Ach, ich hab's nie geschafft. Oh, doch. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit, ich hab's nie geschafft. Shit, den Dreck, nie geschafft. Shit, ich hätt's zumachen sollen noch hinten. Ah, Mist. Und wieder herzlich willkommen zurück. Da sind wir schon wieder. Zum dritten Mal. Weil ich schon wieder abgekratzt bin. Weil ich natürlich nicht so sehr, sehr, sehr toll finde. Aber ich schon wieder herstellen musste. Äh, wieder her spielen musste. Ich glaube nämlich, dass es nämlich auf der... Von mir aus gesehen rechten Seite dieses Rad ist. Und links muss ich hin. Weil ich glaube, erst falsch gelaufen bin. Also muss ich erst rechts hin und dann links. Ich muss jetzt gleich mal machen. Jetzt nehme ich das Rad. Und hier drin natürlich lasse ich erst mal fallen. Oh, es ist dann rechts. Erst mal. Beeil dich, beeil dich. Natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. Nee, 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 nee. Oh, Gott's sake. Natürlich. Oh, oh. Oh, was eine Stelle. Oh, was eine Stelle, Alter.